Guten Tag zum dritten Giveaway. Diesmal kein Giveaway, wo ich nur was gebe, sondern ich möchte auch von euch was haben dafür. Aber was relativ simpel ist, und zwar kam eine wunderbare Idee von Herbit Beef, ein Bild mit Paint zu malen, um teilzunehmen. Das werden wir dann auch machen, aber erstmal zeige ich ihr, was wir ausgeben. Und da schauen wir mal. Es geht diesmal um vier Uncraft-Hüte und ein wunderbares weiteres Item. Uncraft-Hüte natürlich nicht so viel wert wie Craftable-Hüte, aber wenn man sie benutzt, ist einem das eigentlich scheißegal. Ich meine, ich spiele auch mit Uncraftable-Hüten. Ich habe hier zum Beispiel ein Uncraftable-Engar, was ich selber benutze. Also ja, wenn man es benutzt, who cares, das ist auch Uncraftable, das benutze ich auch. Also ihr könnt das hier gewinnen, das ist ein Outdoorsman in Lime-Paint, gesponsert von Matteo, ist für den Heavy. Ihr könnt die Pickelhaube für den Medic gewinnen, auch Uncraftable, gesponsert von Matteo. Dann ein Batters-Helmet-Uncraftable für den Scout, der ist gesponsert von Joey. Und ein Magistrates-Mullet für den Spy, das ist auch gesponsert von Matteo. Und einen krassen Man-Melder, der kommt von Bitbeef und um diesen geht es auch bei dem Bild, was ihr malen müsst. Ihr müsst nämlich ein Bild, wenn ihr teilnehmen wollt, malen von einem Pyro mit einem Man-Melder. Das Ganze, wie gesagt, könnt ihr mit Paint machen, mit Gimp, mit Photoshop, mit whatever. Es muss nicht super aussehen, halt einfach nur damit ihr mal eine Minute Zeit investiert, wenn ihr ein Zeug kostenlos bekommen könnt. Da hat hier zum Beispiel Bitbeef mal seinen Pyro gemalt, das sieht doch schon mal sehr hübsch aus. Ja, man erkennt, was es sein soll und der User Tigerel4321 oder Tigerel hat hier auch schon mal sein Bestes gegeben, ein Pyro zu malen. Diese beiden User werden natürlich selbstverständlich direkt am Giveaway eingetragen. Wenn ihr mir das Bild zukommen lassen wollt, also schreibt mir halt einfach eine Mail auf YouTube, das ist relativ simpel. Für diejenigen, die nicht wissen, wie man eine Mail schreibt, mal gucken, wir gehen jetzt einfach mal hier auf den Kanal von Werfer, dann kann ich das zeigen. Da geht ihr hier auf diesen Pfeil und dann Nachricht senden. Wie könnt ihr mir das Bild zukommen lassen? Ja, da gibt es ja zum einen, gibt es da relativ viele Seiten im Netz, über die man Bilder hochladen kann. Sowas wie Imagecheck oder Fotobucket sind so eine Scheiße. Oder ihr könnt auch zum Beispiel auf, äh, wie wir haben das, mhm, nee, sendspace.com. Da kann man zum Beispiel Bilder hochladen, Dateien hochladen und sowas, das ist eine relativ gute Seite. Da kriegt ihr dann so einen Link, den Link müsst ihr mir nur senden und dann lade ich mir das und... Ich werde dann in der Auswertung von dem Giveaway, werde ich denn die Bilder, die mir... ...zuge gesendet werden, alle mal zeigen. Das heißt, ihr seid ihr mit eurer Kreation sogar total krass auf meinem ultra-bekannten Channel, der nicht bekannt ist auf YouTube. Aber das ist ja scheißegal. Ja, und ich werde dann einfach per random ein paar Leute rauspicken, die denn halt was bekommen. Das machen wir dann so, äh... Der erste Platz kann sich zwei Hüter... Also ich, ich wähle drei Leute aus, der erste kann sich zwei Hüter aussuchen von den vier, der zweite Platz kann sich einen Hut aussuchen und bekommt den Manmelder und der dritte Platz bekommt dann halt den Hut, der übrig bleibt. Die Hüte werde ich dann halt in die Video-Description hier unter dem Video packen, damit ihr nochmal sehen könnt, was es alles gibt. Ansonsten habe ich hier eben alles genannt und ja. Denn viel Spaß beim Bildermalen oder auch nicht, je nachdem. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Giveaway wieder. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020